Greta Schiller ist eine US-amerikanische Filmregisseurin. Biografie Die 1954 in Detroit geborene Greta Schiller studierte an der City University in New York. Die unabhängige Filmemacherin gründete 1984 gemeinsam mit ihrer Partnerin. Der Autorin und Filmemacherin Andrea Weiss die Filmproduktionsfirma Yesable Productions in New York. Sie lebt überwiegend in London und New York. Im Jahre 1988 erhielt sie das zum ersten Mal vergebene UKUS Fulbright Stipendium. Sie produziert Dokumentarfilme, aber auch Filme für das Fernsehen. Ihr Film Before Stonewall, eine Dokumentation über die US-amerikanische Lesben- und Schwulenbewegung, erhielt 1984 einen Emmy für den besten Dokumentarfilm und sie selbst war in der Kategorie Beste Regisseurin nominiert. Ebenso wurden die Dokumentarfilme über die Geschichte der amerikanischen Gas-Musikerinnen Tiny und Amp, Ruby, Heldewin, Woman und Maxine Sullivan, Love to be in Love mehrfach ausgezeichnet. Filmografie Dokumentarfilme 1977 Greta Schiller 1981 Greetings from Washington, D.C. Courrégie 1983 Before Stonewall, Courrégie 1986 International Sweethearts of Ream 1988 Danny und Amp, Ruby, Heldewin, Woman, Courrégie 1991 Maxine Sullivan, Love to be in Love 1993 Woman of the Wolf Kurzfilm 1994 Agé of Descent Videodokumentation 1995 Paris Vassar Woman beginnings of the Wolf Kurzав Man 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 Untertitelung des ZDF, 2020